Hast du schon einmal über eine Tätowierung nachgedacht? Oder vielleicht ein Piercing? Das kann cool aussehen. Genau wie Narben und Verbrennungen stellen Tätowierungen und Piercings aber eine Beschädigung der Haut dar. In diesem Film werde ich dir die wichtigsten Informationen zu Beschädigungen und Schutz deiner Haut mitgeben. Die Haut kann auf verschiedene Weise beschädigt werden. Kleine Schrammen sind nur Verletzungen der Oberhaut. Die Keimschicht bildet schnell neue Zellen und die Schramme verheilt ohne Spuren. Aber du hast dich bestimmt schon einmal etwas stärker verletzt und hast nun eine Narbe, oder? Bei größeren Verletzungen ist nämlich auch die tiefer liegende Lederhaut betroffen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come. Don't come.